Kapitel 3 Monster oder Mensch Das ist ein wirkliches Mal an der Das ist eine schöne Kugel-Karton-Song Das ist eine kleine Kugel-Karton-Song Das ist ein… Halt keine Kugelung Entschuldigung Das ist ein wenig Ich bin ein bisschen verletziert. Du fühlst dich verletzten, dass wir dir nicht gesagt haben, ob es das wahr ist oder nicht. Du möchtest dich nicht verletzten. Okay. Oh, scheiße. Das Fußball-Games. Du kennst genau was zu machen. Du musst auf die positive Erinnerungen fokussieren, nicht auf die Schmerz. Ich dachte, es würde helfen. Es war. Möchtest du mich nächsten Mal? Okay? Deal. Ich dachte, ich hätte einen freaky Empath-Games. Es ist ziemlich wild. Also, gibt es Dianne heute? Es war Trauer und keine Angst, meine ich. We're on it. Ich meine, es war Trauer. Es war doch blau, oder? Time to earn a paycheck. I should clean the dirty dishes around the bar. Ah, nee. Lila, Lila ist Angst. Okay, dann habe ich mir das nur falsch gemerkt. Vielen Dank, dass du letzte Woche an meinen Geburtstag gedacht hast. Der Marco Eskander Tequila war exzellent. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dein mit Abstand bester Koch Francisco. Das ist die Vogelbeobachterin wieder. Oh Gott. Oh Gott. Sie ist happy, weil sie Ryan besiegt hat, was den Vogel angeht. und was den jetzt hier abgedacht hat. Als ich von mir auf meine Hilfe auf mirisse, darf ich immer nochmal wissen, dass mein an meiner Umständen auch nicht darüber wissen. Ich werde nicht ein Zettel sein. Es ist mein Herz, dass sie sich alleine bridgegelt. Ich fühle mich selbst für Eleanor. Ja. Hey Eleanor. Wie geht's? Ein paar Wochen ist das jetzt schon wieder her. Was ist Jed? Ja. Stadtrat Sitzung Muss ich jetzt jeden anfangen anzuhören? Shit, welches Lied ist das denn? Sorry, Steph, but there can only be one Jukebox-Hero Where are you, girl from Rome? Müssen wir jetzt echt alle durchklicken? Fangen wir bei eins an. Fangen wir bei eins an. Okay. Ich muss warten, wie das anfängt. Fangt endlich an zu singen. Singen die vielleicht gar nicht? Das ist es sicher nicht. Song Missing! So ein Lügner! Da sind gute Lieder drinnen. Ne, wir klicken einfach alle durch. Ich vermute, dass es das ist, was fehlt, aber wir klicken einfach mal alle durch. Ist das eigentlich eine Ratte oder was soll das sein? Eine Ratte mit einer Pizza. Lassen wir das mal kurz an. Ich spreche nochmal drauf an. Kann ich nicht. Jetzt wird Angst. Ne, sie kommt so früh. Ich suche noch nach dem Lied. Wo könnte eine verlorene Jukebox? Oder kann ich das einfach nicht lösen? Das wäre sad. Ja, ich weiß nicht. Ah, Colorado tap water. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich hier so früh etwas gehofft. Ich weiß nicht, was ich hier so früh bist. Okay, wir haben das Lied schon. Das kommt mir so bekannt vor. The who knows. Fangen die irgendwann an zu singen? Ich kenne so ne Jukebox tatsächlich gar nicht mehr. Also wir hatten die hier nirgendwo. Dieses Cover. Das war's oder? Oh ne. Das war's. Ne, ich find die Lieder auch alle größtenteils sehr, sehr gut, ja. Oh. Oh no, wir haben schon wieder so viel verpasst. Ich hab's mir gerade, ich hab's mir gerade, ich hatte's gerade auch kurz im Kopf. Ob die Leute es nicht so langsam nervt. Wir haben so viele Erinnerungen von Gabe, die ich nicht gemacht habe. Danke an alle, die Gabe Chans Gedenkfeier beigewohnt haben und besonders diejenigen, die ein paar Worte gesagt haben. Ich denke, wir haben Gabe stolz gemacht. Hallo alle zusammen. Ich hab's mir gerade noch mal. Ich hab' entschieden, meine Porträtkommission für den Moment zu schließen. Ich muss mich durch die Warteliste arbeiten. Tut mir leid. Letzter Aufruf für LARP-Spieler. Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Ich plane ein LARP für den Nachmittag des Frühlingsfestes und brauche dringend NPCs. Falls ihr ja je ein LARP ausprobieren wolltet, ist dies eine unterhaltsame Art, mit wenig Druck es auszutesten. Genau, wenn ihr es mal austesten wollt, macht es lieber über NPCs. Besonders, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was ist. Ich glaube, das ist deutlich einfacher. Aufgepasst Kunden der Black Lantern. Die Black Lantern freut sich zu verkünden, dass unsere Öffnungszeiten wieder normal sind. Wir möchten uns bei euch allen für eure Geduld und eure Unterstützung in dieser für unsere Gemeinde schwierigen Zeit bedanken. Wir freuen uns darauf, euch bald zu sehen. Mit NPCs, da musst du einfach den Spielleiter anschreiben. Die haben meistens NPCs, die sie auch an Leute vergeben. Also der Vorteil bei NPCs ist halt, dass die Story und alles schon komplett entwickelt sind. Die meisten auch nicht so komplex ist, als wenn man sich selber eine ausdenkt. Zumindest ist das die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Oh, sie hat jetzt eine Vollzeitstelle. Sehr cool. Vielleicht kann dir irgendjemand anderes da noch mehr zusagen. So genau kenne ich mich damit auch nicht aus. Erinnerung an alle Haven-Einwohner, dass die Taipan Minengesellschaft heute Abend um 17 Uhr Sprengungen durchführt. Bitte stellen Sie sicher, dass die dargestellte Gefahrenzone nicht beteriten. Rufen Sie unsere 24 Stunden Sicherheitsleitung an, falls Sie Fragen oder Anliegen haben. Bitte werfen Sie einen Blick auf unsere aktualisierten Sicherheitsrichtlinien, die auf unserer Website eingesehen werden können. Bleiben Sie sicher und viel Spaß auf dem Frühlingsfest. Antworten blockiert, deaktiviert. Was für dich Hintergrundschreiben für meinen Charakter geschrieben, die von Wu Chengens die Reise nach Westen inspiriert wurde? Ducky macht dort mit. Ich habe mich auch gerade ein bisschen gewundert. Was machst du beruflich? Ich studiere. Der berühmte Rosenwagen wurde auf Hochglanz poliert und mit den schönsten Blumen erfüllt. Ihr findet ihn bei Sonnenuntergang im Park. Holt euch eine Rose und gebt sie eurer liebsten Person auf dem Frühlingsfest. Oh, wir haben eine Gruppe mit denen gegründet. So viele Nachrichten. Danke für den Drink gestern Abend. War super einfach mit dir zu entspannen. Lass uns das wiederholen. Wait, was? Das sind Daylight. Die haben sich über irgendein Spiel gefunden. Das ist ja so ein Jushu. Aber wo finde ich denn, ähm... Hier. Glaub nicht, dass du mit Kicker und mir fertig bist. Der Kampf geht weiter. Ich brauche eine Gelegenheit, mich nach dieser furchtbaren Darbietung zu rehabilitieren. Tut mir leid, die Meisterschaft war endgültig. Was? Witz. Joll. Ich war am Boden zerstört. Ich würde gern wieder spielen. Kommst du heute Abend vorbei? Irre. Ich leite diese Woche eine Kampagne für Tunnel und Gemächer, falls du mitspielen willst. Okay, es geht wieder um Rollenspiel. Erstens, du bist nicht furchtbar. Zweitens, guck bei unserer ersten Sitzung nur zu. Wir improvisieren. Ey, was geht? Was hältst du davon, deine Gitarre zum Plattenland zu bringen und eine Jam Session zu veranstalten? Vor anderen lebendigen Menschen? Nur vor diesem lebendigen Menschen. Ich habe nicht vor anderen gespielt, seit solange ich mich erinnern kann. Ich bin etwas eigen, was viele Dinge angeht, aber in dieser Sache bin ich eine urteilsfreie Zone. Was soll's? Tun wir es? Wann? Jederzeit heute Abend. Ich bin hier. Ich denke, ich brauche heute Abend eine weitere Jam Session. Was sagst du? Ich sage ja. Ja, ich habe ein paar Ideen. Oje. Kein Oje versprochen. Nebenbei, du bist echt großartig. Du hast eine tolle Stimme. Danke. Das ist viel zu lieb. Vielleicht sogar komplett gelogen. Ne. Erstmal immer wieder finden, wo wir aufgehört hatten. Danke nochmal für alles heute hier. Ich habe auch voll Angst. Das wird mit Sicherheit gut gehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wollen wir uns heute Abend treffen und den nächsten Schritt für die Superdetektive planen? Absolut. Sag mir einfach wann und wo. Klingt recht authentisch. Das stimmt. Nur von Meg nicht. Meg ist ja auch ein Idiot. Du brauchst eine Pause von der ganzen nächtlichen Recherche. Magst du Samstag Mountainbiking ausprobieren? Über gefährliches Terrain rasen? So entspannt. Du wirst Spaß haben. Versprochen. Okay, ich probiere es. Keine Sorge, wir können das Vorderrad ersetzen. Mein Arsch scherzt immer noch. Schmerzt immer noch. Lol. Du hast es weggesteckt wie nichts. Ist kurzfristig, aber heute Abend steht mein jährliches Anschauen dieser unglaublichen Naturdokumentation an, falls du sie auch sehen möchtest. Erstelllicherweise ist Steph das dritte Jahr hintereinander beschäftigt. Ich erkenne hier ein Muster. Wird sie von einem spießigen Briten kommentiert? Vom spießigsten überhaupt. Richtige Antwort. Ich bin dabei. Danke für die Hilfe, Jen. Denk dran, ich habe dir nie was erzählt. Ich habe mehr als nur meinen Job riskiert, weil ich mit dir geredet habe. Ich verstehe mir. Keine Sorge. Geschlafen. Leichter gesagt als getan. Ich komme jetzt ins fünfte Semester. Aber ich mache auch acht, nicht sechs. Oh Gott, die haben so viel geschrieben. Hier. Deine Rede auf der Brücke war wundervoll. Danke, dass du mit mir uns ins Dort warst. Shelby nimmt es mir überhaupt nicht übel, aber wenn ich ein Story-Game spiele... Wir können gerne später intensiver darüber reden, aber wenn ich ein Story-Game spiele, möchte ich relativ wenig, was nicht auf das Game bezogen ist, reden. Ähm... Ich möchte deine ganzen Fragen super gerne beantworten, aber bei dem Story-Game ist das grad einfach so ein bisschen... Einfach nicht so ganz passend. So bei anderen Games habe ich da gar kein Problem mit, aber bei einem Story-Game ist das ein bisschen schwierig. Wie gesagt, gerne... Ich kann dir gerne später einige Fragen beantworten, nach dem... Nach der Episode. Danke, dass du mit uns dort warst. Natürlich. Diane war wieder mit dem... Was ist das? Ach so, das ist wieder dieses Schreiben. Dieses... Ja, 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 ich erinnere mich. Okay, alles gut. Ich habe abgelehnt. Ich wünschte, sie würde es einfach lassen. Das tut mir leid. Äh... Dankeschön für deine Forderstunde, dass es dir gefällt. Äh... Halt durch, okay? Hey Alex, möchtest du heute zum Abendessen vorbeikommen? Das klingt super, liebend gern. Soll ich was mitbringen? Nur dich. Vielleicht Wein. Lol, ich seh dich heute Abend. Hey, ich bin etwas erledigt. Glaubst du, du kannst Mittwoch auf Ethan aufpassen? Gerne. Kannst du mich in den Zitronen... Mich in den Zitronenschnitten bezahlen, die du letzte Woche gebacken hast? Sicher? Möchtest du das Rezept haben? Nee, ich verdiene sie mir lieber, indem ich mit Ethan rumhänge, anstatt backen zu müssen. Gutes Geschäft. Hi Alex, es tut mir leid, aber ich muss unseren Mädelsabend absagen. Ich fühle mich nicht gut. Kein Problem. Brauchst du irgendwas? Passt schon, aber danke. Cha, wie viele dieser Gummibärchen sind zu viele Gummibären? Oh Süße, versuch dich zu entspannen. Wie viele hast du gegessen? Wie besorgt wärst du, wenn ich fünf Gummibären sage? Hattest du irgendwas dazu? Alkohol, andere Medikamente, nur Snacks. Atme tief durch, trink etwas Wasser und leg dich auf die Seite. Fahr nicht, tu nichts Wichtiges und es wird vorbeigehen. Du hattest etwas mehr als die normale Dosis, doch es ist nicht gefährlich. Okay, danke. Habe ich dir je gesagt, dass ich finde, du bist wunderschön? Danke, leg einfach das Handy weg und schließ deine Augen. Hey, die Nachrichten gestern waren nur ein Test. Habe ich bestanden mit Glanz und Gloria. Was ironischerweise genau das ist, was ich heute sehe, wenn ich meine Augen schließe. Lol. Gummibärchen. Mhm. Aus ihrer Apotheke. Oh, Gruppenchat. Den Gruppenchat kennen wir noch gar nicht, ne? Okay, ich mache es offiziell. Willkommen zum Typhon... Drankriegen-Chat. Verflucht. Ja, es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen. Lasst uns heute Abend bei Alex feiern. Sollte Alex nicht diesen Vorschlag machen? Zu spät. Irgendwie ein Bärenapothek. Ich schätze, ich veranstalte dann die Party. Habt ihr zwei heute Abend Zeit für mehr Pläne schmieden? Ryan... Oh, jetzt habe ich den Namen aus Versehen mit vorher gelesen. Klingt gut. Ich bin dabei. Verrückte Idee. Lass uns ins Typhon Büro in Denver einbrechen. Ich habe einen Plan ausgeknobelt. Ich wette, dort hat man Zugriff auf die Server. Dort können wir Beweise finden. Steph, wir fahren nicht nach Denver, um in ein schwer gesichertes Büro einzubrechen. Buh. Aber wenn wir es täten, kann ich der Fluchtfahrer sein? Klar. Aber Steph, dein Führerschein ist abgelaufen. Woher weißt du das? Weil er ein großer Loser ist. Ein Loser mit einem gültigen Führerschein. Ihr zwei macht mich fertig. Oh, die zwei kennen wir beide noch nicht, ne? Ryans Wut hat Zähne. Sie war beißend, grimmig, ein wildes Tier, das seine Beute in die Enge getrieben hat. Und weil er überzeugt war, dass er diese Wut verdient hat, war er bereit, sich ihr zu ergeben. Die Chats sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Auch die Tagebucheinträgen. Also, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Sie verschlingt ihn. Es war seltsam, Gabes Gestalt in der Lücke zu finden, die er hinterlassen hat. Ich will mehr von Gabe, als ich bekommen habe. Ryan hatte es bekommen. Einen vollständigen Gabe. Einen Gabe, der atmete und Platzeinnahm. Und dann das Messer. Das Seil, die Schlucht, die einzigen Dinge in der Welt. Er hasste sich. Ich sagte ihm die Wahrheit, dass Gabe ihm vergeben würde, dass er nicht allein ist. Sicherheit ist mein Job. Kein Held, sondern ein Feigling. Er ist meinetwegen tot. Ryan Freude. Wie fange ich überhaupt an? Das goldene Leuchten. Die Art, wie der Schmerz und die Anspannung langsam aus Ryans Gesicht verschwanden. Und dann das Lachen. Die persönliche Freude des Moments, als Ryan beschloss, einen dummen Fehler in einen Witz zu verwandeln. Das Vertrauen, das er in Gabe hatte. Die Liebe. Das sichere Wissen, dass er Gabe verarschen konnte und damit durchkommt, dass Gabe ihn dafür lieben würde. Ich habe es zusammengesetzt, es in den Wolken gefunden. Die Gans, das Auto, das Grab. Und nur für einen Moment konnte ich die Art Beziehung zu Gabe haben, die Ryan hatte. Dafür bin ich so verflucht dankbar. Doch, er ist tot, Tobi. He's dead. Heute Morgen dachte ich, dass ich andere immer nur durch ihren Schmerz kennen würde. Ich dachte, damit könnte ich leben, falls es bedeutet, Leuten zu helfen und Gabe zu ehren. Doch dann dies. Freude. Wie eine Rettungsinsel. Eine Luftblase über einem unterirdischen See. Jetzt fühlt sich alles anders an. Eigentum der Krone. So viel Blut. Die berittene Polizei Kanadas erkennt ein Gänsegrab auf 100 Metern Entfernung. Das war so gut. Letzte Episode war sehr, sehr gut. Aber kannst du dir nachgucken? Habe ich vorhin noch gehighlighted. Kann ich nachher nochmal den Link im Discord posten. Ich glaube, die Playlists sind relativ schwer zu finden, seitdem Twitch ein bisschen umgestellt hat. Erinnerungen gucken wir uns nicht an. Das ist schon so unglaublich viel zu lesen immer. Mein Vater liebte diesen Song. Gabe würde es aufhören, nur um es zu messen mit ihm. Bis zum Punkt, dass er nicht mehr zu hören konnte. So... Was ist das? Eventually, Judd aus der Jukebox und staschen es irgendwo. Du kannst ihn fragen. Habe ich euch auf. Hörende Energie, wie? Hey Boss. Worte besser, was du in den Zandsen an? Oh, hell. Wie ein Bruder, wie ein toller Frau? Cool. Ich weiß, es ist halt schon genug. Ich weiß, es ist wieder hinter der Szene. Kann ich nach dem? Ist also eingelagert, ja, ja. Die Musik ist unfassbar laut gerade. Ist immer noch sehr laut, ne? Naja. Oh, Freude! That's it! How the hell? Don't worry about it. I'm just not a bit nicer. Okay, she's here. What's the plan? Well, we have two plans, actually. But we're still workshopping them. What does workshopping mean, exactly? It means Ryan won't admit that my plan is perfect. Okay, so here's what I'm thinking. I asked Diane out on a date. Wait, what? And she's so into it. She doesn't notice one Ryan Lucan swiping her laptop. Ryan carries said laptop upstairs, acquiring damning evidence. Maybe Diane and I still hook up. Not important. That's your plan? Oh my God, please tell me you have something better. I do. Now to be clear, it's the same plan. Except, I'm the distraction. Oh no! Steph, I don't even think she's gay, all right? She's probably into the rugged mountain man type. All the transplants are. Okay, maybe these plans do need some more time. What? It's a simple plan. Literally two steps. You just need to choose the hotter distraction. Okay, I'm not doing that. I'm the only tiebreaker we have. Ich darf nicht nochmal mit ihr reden. Ah, wie schätzen wir Diane ein? Musik ist so laut, es tut mir so leid. Musik ist so laut, es tut mir 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 so laut, Mein Bauchgefühl tendiert gerade eher zu Steph. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich kann mich an die Treffen mit Diane kaum erinnern. Probieren wir es. Vertraue ich auf mein Bauchgefühl. Ich muss, habe jetzt aber nicht für mich entschieden, oder? Peace down. Peace down. Was ist der beste Weg, um sie aufzunehmen? Ich weiß, Typhon ist die Verantwortung für mein Bruder. Ich weiß nicht, wie und warum noch nicht, aber ich werde herausfinden. Ich weiß nicht, dass Typhon ist zu einer vollen und öblichen Investitionen. Wir wollen sie finden, die zuständigen, und die zuständigen, wie Sie tun. Das ist die Wahrheit. Sie hat eine großartige Füße, als Mac. Aber wir sehen uns, was sie wirklich fühlt. Ich versuche sie zuerst. Ich bin Angst, die Lies, und ich bin Angst, dass sie die Worte für diese Firma nehmen. Sie ist schuldig. Wenn ich sie Angst an, Typhon, vielleicht kann ich noch mehr finden. Dianne scheint wirklich zusammenzulegen. Aber inside, sie ist nur so großartig als die resten uns. Ist das deine Liege und Nephe? Sie müssen stolz sein, dass sie eine super-Powered-Business-Women für eine Aunt sind. Ich denke. Sie schauen mich an. Ich versuche, die beste Rolle-Modelle ich kann. Du gehst in eine Kirche hierher? Oh, nein. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin mit all das. Ich liebe es, doch. Du hast, um, genug napkens für die table? Ja, ich bin gut, danke. William Bloom, huh? Ja, er ist der beste. Good beer? Ja. Integrity to our very core. What? Oh. Yeah. That's our motto. It... It's a motto. Okay. Now I need to pick something that will push Dianne's emotions over the edge. Man will arbeiten, setz sich jemand vor dich und fragt die ganze Zeit Sachen. Ja, das stimmt. Komm. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Aber mein Bruder ist tot, weil die Auswahl du und Typhon hast. Mit dem Typhor haben. Wie macht das dich als fühlen? I actually want to know. Alex. I. We. Typhon is doing everything we can to address the situation. That's the truth. Okay. Immer noch gut. All right. That's the emotion I was looking for. Time to explore Diane's anger about Typhon. Okay. Time to find out what Diane is really hiding. Does it fall within the tolerable limits? Well, as I say in the report, there's a small chance that debris from the detonation could... It's a simple question. It falls within the tolerable limits. Typhon brought me here. And look where it got me. Damn them all. Wait. Wait. There's something else. Ooh. I didn't join Typhon to cover up a murder. If they try to pin this on me, I'll have everything I need to fight back. I'll have everything I need to fight back. Holy shit. She must have evidence on the USB stick. Oh. It looks like I'll need a distraction after all. Den USB stick brauchen wir. Definitely. Wieso hat sie das nicht in die Gruppe geschrieben? Dann hätte er das auch gesehen. Dann hätte er das nicht in die Gruppe geschrieben. Dann hätte er das nicht in die Gruppe geschrieben. Dann hätte er das nicht in die Gruppe geschrieben. Hey Diane. Oh! Hey Steph! How are you? So... What's your deal? I'm sorry? Are you single? Single, semi-single, taken, but still down to get drunk and make out. Whoa, I was not expecting that at all. Am I blushing? I feel like I'm blushing. Yeah, I could see your cheeks from space. Super. Real good luck for me. I'm so flattered. I don't even know what to say. Hey, no sweat. Just think about it. Get back to me. Gar nicht cringe. See ya. Boah, Scham. Boah, Scham. Boah, Scham. Boah, Scham. Boah, Scham. Boah, Scham.